3 Milliarden, 29 Millionen, 484 Tausend, 5... Nein! Scheiße! Das ist so süß! Hi Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Comment Unity bei Jonas Diary. Ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben mit dem Hashtag Comment Unity. Wir haben davon jetzt die besten rausgesucht, also vielen Dank fürs Kommentieren und los geht es. Sean schreibt, wurdest du dazu gezwungen bei Survival Guide mitzumachen, Jonas? Ähm, also ehrlich gesagt, äh, äh, nein. Nein, ich mach das freiwillig. Anna Djordjevic oder irgend sowas schreibt, ist Lars wirklich dein Vater oder ist das nur gespielt? Also, diesen Kommentar haben wir wirklich ganz oft schon bekommen. Ähm, ich sag an der Stelle mal, Lars ist 26 Jahre alt und ich bin 17. Das heißt, der hätte mich mit 9 bekommen müssen und das scheint mir doch ein bisschen unrealistisch. Aber gut, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Das Flaschen schreibt den Kommentar, 3 Milliarden, 29 Millionen, 484 Tausend, 858. Der seht mich an, ich bin fame, weil ich 3 Milliarden, 29 Millionen, 484 Tausend, 858 da bin. Ja! Ah, das ist leider nicht ganz korrekt, denn du wärst eigentlich nur fame, wenn du 3 Milliarden, 29 Millionen, 484 Tausend, 859 da wärst. Tut mir also an der Stelle sehr leid, hast du knapp verpasst. Schade. 2302, Leon beschwert sich und schreibt, das war Mr. Flapp und nicht Flappy Birds. Und da hast du auch leider recht, Leon, als ich die Frage beantwortet habe, was das für ein Spiel war, was ihr im Hintergrund bei einem Video gehört habt, habe ich tatsächlich Flappy Birds gesagt. Dabei war das Mr. Flapp. Tut mir sehr leid, ähm, aber jetzt wisst das ja. Oliver Kunze informiert sich und fragt, woher kommst du eigentlich? Also Stadt, Ballungsraum und Region. Irgendwelche Dörfer gehen auch, wir haben ja alle Google Maps. Also Oliver, ähm, um ehrlich zu sein, in welchem Ballungsraum ich wohne, kann ich dir leider nicht verraten, aber ich dachte mir, in diesem Video sage ich einfach mal exklusiv, wo ich wohne, aber bitte nicht weitersagen, ist ganz wichtig. Ich wohne im Freiburger Weg 23 in Neustadthausen. Ja, jetzt wisst ihr es, aber wie gesagt, bitte nicht weitersagen. Danke. iGirls fragt, was war eigentlich dein schlimmstes Erlebnis in der Pubertät? Also Leute, wenn ihr das so fragt, ganz ehrlich, ich meine, so ziemlich in jeder Folge von Jonas' Diary ist doch irgendwas Peinliches passiert. Also guckt euch einfach die Folgen an, da seht ihr das. Es ist immer mega peinlich. Gerade meine Eltern. Schrecklich. RealLifeTV schreibt, ich bin jetzt zwölf Jahre alt und mein Penis ist 18 Zentimeter lang. Meine Freunde sagen immer, dass ihre elf oder zwölf Zentimeter lang ist. Ist das normal? Also, um ehrlich zu sein, ich meine, das ist jetzt 3,2 Zentimeter, also im steiften Zentimeter, 3,2 Zentimeter lang. Ich dachte, ich leck da so im Durchschnitt, deswegen wundert mich das jetzt gerade. Eine Person, die hier nicht genannt werden will, hat gefragt, was ist eigentlich deine Lieblingsserie? Also meine Lieblingsserien sind auf jeden Fall Lost, Prison Break und Breaking Bad. Wer die noch nicht kennt, auf jeden Fall anschauen, es lohnt sich. Patrick Botak schreibt in den Kommentar, wie oft hast du dich im Leben verliebt? Ich bin zwölf Jahre alt. Hi Patrick, ich hab mich im Leben bereits 37 Mal verliebt. Ich bin 17 Jahre alt. Tim Blumen erkundigt dich panisch. Ich bin 17 so wie du und ich bin immer noch nicht in der Pubertät. Ich bin auch 17 so wie du und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil spätestens mit 14 sollte man schon in die Pubertät gekommen sein. Wenn nicht, würde ich an deiner Stelle vielleicht mal zu einem Arzt gehen, aber ich denke, es gibt immer Spätzünder. Warte einfach, spätestens mit 35 wirst du in die Pubertät kommen. Also ehrlich gesagt, frage ich mich, warum ich mich auf einen Kasten stellen sollte, um dann ungefähr einen halben Meter größer als mein Vater zu sein. Ich meine, das macht absolut keinen Sinn. Aber jetzt, wo du es sagst, ich könnte mir vorstellen, dass Lars dich bald mal auf so einen Kasten stellen könnte. Lars, du kannst es dir ja mal überlegen. Vicky's Channel hat sich gefragt, guckt dein Vater deine Videos und was sagt er dazu? Also um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, ob Lars jetzt meine Videos guckt. Ich weiß nicht, Papa, schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob du das Video hier gerade siehst. Ja Leute, das war es auch schon wieder mit dieser neuen Folge von Comment Unity. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst was, dann macht das mit dem Hashtag Comment Unity. Hier könnt ihr den Survival Guide jetzt abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Hier unten findet ihr die letzte Folge von Love & Sex, auch sehr cool geworden. Und hier unten ist die letzte Folge von Jonas Diary mit dem ersten Date. Ist auch sehr spannend, also auf jeden Fall mal anklicken. Viel Spaß dabei jetzt. Tschau Leute. Das Flaschen schreibt den Kommentar, 3 Milliarden, 3 Milliarden, ach nee, das kommt ja erst am Ende. 3 Milliarden, 29 Millionen, 484.858, 1000, nee, 18, warte mal, 3 Milliarden, 29 Millionen, 484.858, ja. 3 Millionen, 29 Millionen, 484.858, ja, 3 Millionen, 29 Millionen, 484.858, da bin, yeah. Das stimmt aber nicht ganz, das Flaschen, denn du wärst nur Fan, wenn du 3 Milliarden, 29 Millionen, 484.85, nein, scheiße, das war so knapp.